Ich hab die ganze Zeit durch den Boden geguckt. Ja, ein Video? Ich hab davon ein Video jetzt, wie der zehnmal durch den Boden guckt und hat dann auf mich gerufen Weg da! Weil er mich durch den Boden gesehen hat. So, wie war die Asservatenkamera? Was habt ihr gemacht? Wir haben keine Asservatenkamera gemacht. So, deswegen? Ja, ich hab gesehen, ihr habt euch... Benni ist im Turm runtergegangen. Wieder runtergegangen? Ja. Ist nicht mehr oben drauf. Die Hunter kommt wieder, die Hunter kommt wieder. Oh mein Gott, ich bin so tot, ne? Irgendwo ich seht. Ich hab' beschossen irgendwo, ja. Die Scheiße. Bei mir im Tower schießt Benni die ganze Zeit. Äh, Tower schießt dann auf Justin. Mein komplettes Haus. Pass auf, komm hier nicht rein, komm hier nicht rein. Hunter wisst, dass wir hier sind und... Nein! Das ist, das ist... Oh, sorry! Sorry! Du hast mich grad' beschossen, du Otto. Ja, weil Hunter hier wissen und ich werd' hier auch beschossen. Also, die wissen, dass wir hier drin sind. Benni sprayt die ganze Zeit runter. Wir sollten hier weg. Ja, das kann nicht Benni sein, Mann. Das muss Benni sein, Mann. Das muss Benni sein, Mann. Hier unten ist ein Kopf. Mann, das kann nicht wahr sein, alter Casimir. Kann vieles sein. Aber vor allem auf diesen Server. Mit diesen Kopf. Ja, ich geh' hier rauf. Weil, als ob er jetzt schiebt Casimir mit Gold, obwohl er grad nur mit seinem Kopf hochgebliegt hat. Entweder ist Benni wieder ganz oben, ich hab's ihn nicht ganz genau gesehen, oder er ist eine Tasche drunter. Ja, ich hab's mir von Casimir weggeholt werdet. Ja, wir saßen alle in einem Haus. Das ist der Fehler. Ja, ich komm' jetzt in die Stadt. Justin ist halt ihm einfach mal ausgegangen, also ich wusste schon, dass, äh... Dingens, dass ich da nicht rauskomme. Ich hab' diese Kluze nur zu Lex, Ade. Boah, ich glaub' relativ close, ne? Wenn die mich jetzt einmal sehen, wenn ich schon blitzgespottet mich mal aus. Na, nein, Alter, der Casimir rasiert, alter jeden weg. Drei Leute aus dem Haus rausgold. Digga, wenn er nur hochkalibre Waffe hat, ist das leicht. Doch, das wäre schief. Ja, der kann sich alles holen. Oh, oben auf dem Dach, oben auf dem Dach. Lootet Benni gerade meine Waffe. Ja, ist er auch aufgestattet. Nee, nee, er hockt. Eins oder zwei. Eins! Jetzt ist er ganz... ganz rechts in der Ecke. Er schießt die ganze Zeit auf meine Leiche. Was ist denn los mit ihm? Ja, dann rass auf dich. Er mag's nicht. Alles klar. Er möchte dir zeigen, damit du aufhören sollst... Dein Mieterlanzer aufhören. Ich möchte umgebracht werden. Ach so. Panta fährt oben über den Müll rum. Alter, wie Benni durch den Boden guckt, ne? Der Financier Lieutenant. Alter. Guck dir das mal an. Der guckt hardcore mit der Waffe durch den Boden. Der ist gerade auch, oder wie? Ja! Ich steh neben dem. Das ist ja ultra lächerlich. Wenn du eine Aufnahme hast, dann... Das ist richtig, richtig lächerlich. Kann wieder auf uns, aber... Ich bin in der Scheiß-Voriener. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der ist bei mir, der ist bei mir. Jo, er schießt sogar da durch! Er hat sogar nach unten geschossen durch! Hast du halbe Aufnahme? Ja! Du bist los.